Hallo Freunde! In diesem Video werde ich euch die Bedeutung von Sims erklären. Sims-Bedeutung. Verehrer, Schwärmer, Bewunderer. Vier Beispielsätze. In den sozialen Medien wurde er oft als Simp bezeichnet, weil er ständig Komplimente verteilte. Einige ihrer Anhänger waren echte Sims, die alles taten, um ihre Aufmerksamkeit zu bekommen. Er machte sich darüber lustig, dass er ein Simp für seinen Lieblingskünstler war. Trotz der negativen Konnotationen sah sie nichts Falsches daran, ein Simp zu sein.